Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel, ich bin der Marcel Clementi und es freut mich voll, dass wir heute wieder gemeinsam Yoga machen. Heute in dieser Einheit erwartet dich ein Flow mit Rückbeugen, das heißt, es wird das Gegenteil vom Sitzen am Arbeitsplatz, wo wir meistens die Schultern so nach vorne legen und einen runden Rücken haben, das heißt, in dieser kurzen Einheit öffnen wir die Brust, wir tun den Schultern was Gutes und das Ganze hilft auch gegen Rückenschmerzen, also hoffentlich genau das Richtige für dich. Es könnte sein, dass du für diese Einheit einen Yoga-Gurt benötigst, falls du kein Yoga-Gurt hast, gar nicht schlimm, dann schnapp dir ein Handtuch und legst vorsichtshalbe mal neben die Matte, wahrscheinlich brauchst du es gar nicht, aber sicher ist sicher und bevor wir starten, würde ich dich bitten, diesen Kanal zu abonnieren für weitere kostenlose Videos auf meinem Channel und ich sage vielen Dank für die Unterstützung. Alle meine Angebote, regelmäßiges Live-Yoga, Yoga-Retreats und Trainings findest du auf meiner Webseite und wann immer du bereit bist, schnapp die Yogamatte und los geht's. Wir starten heute im Vierfußstand. Das heißt, wir spreizen die Finger, platziere die Hände mal schulterbreit voneinander entfernt, die Beine hüftbreit und um die Wirbelsäule da ganz gemütlich aufzuwärmen, mach mal ein paar Mal Katze, Kuh. Das heißt, mit der Einatmung dein Becken kippen für ein Hohlkreuz, die Brust heben, der Blick nach oben. Ausatmen, runder Rücken, bring dein Kinn zur Brust und streck die Arme ganz durch. Wieder einatmen, Becken kippen, Brust heben, der Blick nach oben. Ausatmen, Kinn zur Brust, runder Rücken. Versuch da dein eigenes Tempo zu finden, dein Atem gibt dir den Rhythmus. Deine Arme bleiben da die ganze Zeit durchgestreckt und das ist wirklich eine super Übung, nicht nur um die Wirbelsäule aufzuwärmen, sondern generell auch gegen Rückenschmerzen. Wenn du willst, kannst du zusätzlich noch weitere Bewegungen für die Wirbelsäule einbauen, so ein bisschen nach links und rechts kreisen und dazwischen durch die Richtung wechseln, einfach nur um die Wirbelsäule auszulockern und vorzubereiten. Dann letzter tiefer Atemzug. Sehr schön. Und dann stell mal hinten die Zehen auf, setz dir auf die Fersen drauf, super Übung für die Plantarfaszi unten am Fuß und dann wärmen wir gerade kurz die Handgelenke auf. Also einfach die Finger verschränken, ein bisschen kreisen und dann ausschütteln. Verschränk deine Finger hinter dem Rücken, roll die Schultern hoch nach hinten und dann öffne die Brust. Wir wollen dann nicht nach unten ziehen, sondern wirklich nach hinten. Zieh nach hinten, um die Brust zu öffnen. Du wirst sehen, es fühlt sich nach dieser Einheit so gut an. Man fühlt sich so frei im Brustbereich. Das hilft uns tiefer zu atmen, leichter durchs Leben zu gehen auf jeden Fall mit Hilfe von Yoga. Dann nochmal ganz tief durch die Nase bis in den Bauch atmen. Und beim Ausatmen bring die Hände wieder auf die Matte, komm zurück in einen Vierfußstand. Die Handgelenke da direkt unter deinen Schultern platziert und dann streck mal dein rechtes Bein nach hinten. Die Zehen schauen weg von dir und dann versuch hinten den Hintern anzuspannen. Wirklich fest anspannen. Kannst du ja kurz mal testen mit dem Finger, ob er hart ist. So hart wie Stein. Fest nach hinten. Und dann bring mal die linke Hand auf die Fingerspitzen. Vielleicht sogar nur auf den Zeigefinger. Und wenn du schaffst die Balance zu finden, dann streck den linken Arm vor. Mach dir da ganz lang. Weiterhin rechts hinten die Zehen strecken. Der Hintern ist angespannt. Und dann greifst du mit der linken Hand nach hinten zum rechten Fußgelenk. Und das ist jetzt der Moment, wo du das Handtuch verwenden könntest. Das Handtuch einmal um den Fuß herum wickeln. Und dann geht es sich leichter aus. Nicht verzweifeln, wenn das jetzt beim ersten Mal nicht gelingt. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann versuch die Brust da hochzuziehen. In eine sanfte Rückbeuge. Kickt die Ferse Richtung Decke. Wir bleiben für drei. Zwei. Und eins. Langsam wieder die linke Hand auf der Matte platzieren. Und jetzt zieh das rechte Knie zur Brust. Und spann den Bauch an. Das ist so die Gegenübung für diese Rückbeuge. Den Bauch anspannen. Ein kraftvoller Bauch ist auch ganz wichtig für unsere Haltung. Da noch halten für drei. Zwei. Eins. Achtung. Stell vom linken Fuß die Zehen auf. Und komm deinen herabschauenden Hund weiterhin mit dem rechten Knie bei der Brust. Kannst mit den Händen ein bisschen weiter nach vorne wandern. Die Arme bleiben durchgestreckt. Weiterhin den Bauch anspannen. Für drei. Zwei. Eins. Dann zurück in den normalen herabschauenden Hund. Gerne ein bisschen Bewegung in den Beinen, in der Hüfte. Schau, dass die Arme durchgestreckt bleiben. Und mit der nächsten Einatmung steig mit dem rechten Fuß nach vorne zum rechten Daumen und leg dein linkes Knie auf der Matte ab. Sollte dir das im Knie wehtun, kannst du jederzeit die Matte rollen. Hör da die Haare von meinem Hund auf der Matte von der Kuna. Und dann gehen wir da in den Low Lunge. Einatmen, Arme hoch. Und mit der Ausatmung schieb die Hüfte nach unten und vor. Achte nur drauf, dass das Knie nicht über die Zehenspitzen drüber geht. So wenn das so ausschaut und du merkst, die Ferse geht in die Luft, dann stell den rechten Fuß weiter vor. Und dann kannst du gerne auch mal deine Hände am rechten Oberschenkel platzieren, die da so mehr aufrichten. Die Wirbelsäule in die Länge ziehen und die Hüfte nach unten schieben. Mit diesem aufrechten Körper bringst du jetzt die Arme wieder hoch. Könntest du sogar die Finger im Kali Mudra verschränken. Das heißt, nur die Zeigefinger sind zusammen. Und dann streck die Arme nach hinten, um die Brust zu öffnen. Wenn es angenehm ist, in eine leichte Rückbeuge. Rückbeuge. Schön nach hinten ziehen, die Arme weit nach oben. Die Hüfte schiebt mit der Ausatmung noch weiter nach unten und vor. Für drei. Zwei. Und eins. Langsam die Hände lösen, verlagere dein Gewicht nach hinten. Stell den rechten Fuß auf die Ferse und komm da in einen Half-Split, in so eine halbe Vorbeuge. Den rechten Fuß fest zu dir anspannen, der Rücken wird ganz rund. Das ist gerade zum Auslockern. Wenn du da die Matte nicht berührst, einfach die Hände auf die Hüfte. Und von da schon wieder das Gewicht nach vorne. Platziere die Hände auf der Matte und steig nach hinten in deinen Stütz. Da kräftigen wir die Schultern, kräftigen den Bauch. Schau, dass der Hintern nicht durchhängt. Mit der Einatmung schieb dein Gewicht vor und mit der Ausatmung langsam nach unten. Chaturanga mit Hilfe deiner Knie oder ohne Knie. Ellbogen bleiben nah bei dir. Wir kräftigen jetzt den Rücken. Leg die Zehen auf der Matte auf. Heb die Hände seitlich 90 Grad in den Kaktus. Mit der Einatmung heb die Brust so weit wie es geht hoch. Mit der Ausatmung beweg Richtung Matte ohne abzulegen. Einatmen wieder hoch. Ausatmen Richtung Matte. Mach das gerade ein paar Mal in deinem Tempo. Und du wirst gleich mal spüren, welche Muskulatur wir da benötigen. Und zwar die am unteren Rücken. Weiterhin deine Zehen in die Matte drücken, um die Oberschenkel anzuspannen. Ein letztes Mal. Oben halten für 5, 4, 3, 2, 1. Platziere die Hände seitlich neben dir. Drücke dich nach hinten in deine Child's Pose. Das heißt, die Hände bleiben vorne. Setze dich auf den Fersen drauf. Und von da finde wieder deinen herabschauenden Hund. Arme schulterbreit, Beine hüftbreit. Diesmal ohne Bewegung drei tiefe Atemzüge. Sehr gut. Von da legen wir die Knie wieder auf der Matte ab. Sind wieder in unserem Vierfußstand. Schau, dass die Hände wieder unter deinen Schultern platziert sind. Und jetzt geht das linke Bein nach hinten. Fest nach hinten strecken. Die Zehen schauen nach hinten. Der Hintern wieder angespannt. Einmal kurz testen, ob er hart ist. Hart wie Stein. Arme bleiben durchgestreckt. Und dann finde langsam deine Balance. Rechte Hand auf die Fingerspitzen. Vielleicht auf den Zeigefinger. Und wenn möglich, beug dann das linke Knie. Und greif mit der rechten Hand nach hinten zum Fußgelenk oder zum Fuß. Und dann zieh nach oben. Der Blick geht leicht nach vorne. Um die Balance zu halten. Der linke Arm bleibt durchgestreckt. Für drei. Zwei. Und eins. Langsam wieder die rechte Hand zurück auf die Matte. Linkes Knie zur Brust. Fest den Bauch anspannen. Auch hier halten. Für drei. Zwei. Eins. Und dann vom rechten Fuß die Zehen aufstellen. Herabschauender Hund mit dem linken Knie bei der Brust. Gerne die Hände ein bisschen weiter nach vorne. Immer noch Kraft in unseren Bauchmuskeln. Aber auch hier nur für drei. Zwei. Und eins. Stell den linken Fuß wieder nach hinten. Herabschauender Hund. Wenn du willst, ein bisschen Bewegung. Ansonsten gleichmäßig die Fersen in die Matte drücken. Der Rücken wird schön lang. Kannst gerne auch mal den Kopf ein bisschen auslockern. Nach links und rechts. Vor und zurück. Hilft gegen Verspannungen im Nacken. Und wann immer du bereit bist, steig mit dem linken Fuß nach vorne zum linken Daumen. Und leg das rechte Knie auf der Matte auf. Auch da wird dir die Option, die Matte zu rollen, falls es im Knie unangenehm ist. Einatmen. Arme hoch. Ausatmen. Schieb die Hüfte nach unten und vor. Achte wieder auf den linken Oberschenkel, dass er nach vorne geht. Das Knie circa über dem Fußgelenk. Bring die Hände auf den linken Oberschenkel und richte dich auf. Dann wieder unser Mudra, unser Kali Mudra. Und dann versuch mal die Hände so zu platzieren, dass der andere Daumen vorne ist. Also beziehungsweise der andere kleine Finger hinten. Fühlt sich am Anfang komisch an, aber beim ersten Mal ist immer alles komisch. Und dann schreck die Arme hoch und bring sie wieder hinter die Ohren. Öffne die Brust. Vielleicht kannst du jetzt schon etwas mehr nach hinten lehnen, sodass der Brustkorb nach oben schaut Richtung Decke. Die Arme ziehen nach hinten. Vielleicht sogar bis hinter die Ohren. Wir bleiben da für drei. Zwei. Und eins. Ausatmen. Vorderen Fuß auf die Ferse. Entweder deine Hände auf die Hüften oder auf der Matte platzieren. Und dann lehn dich da nach vorne in einen runden Rücken. Du musst das linke Bein gar nicht ganz ausstrecken. Das kann gebeugt bleiben. Hauptsache dein Rücken wird schön rund. Um die Wirbel da zu entspannen. Letztes Mal tief einatmen. Beim Ausatmen noch mal mehr die Schultern und dein Gesicht entspannen. Sehr schön. Von daher schieb wieder nach vorne. Platziere die Hände auf der Matte und steig nach hinten in deinen Stütz. Arme ganz durchgestreckt. Schau, dass dein Hintern nicht durchhängt. Und wir halten hier für fünf, vier, drei, zwei, eins. Wichtig fürs Vinyasa. Einatmen. Schieb das Gewicht vor. Ausatmen. Mithilfe deiner Knie oder ohne Knie langsam nach unten Richtung Matte. Als nächstes gehen wir da in eine Swings-Pause. Das heißt, wir legen die Zehen auf der Matte auf. Platzieren die Unterarme auf der Matte. Schulterbreit voneinander entfernt. Und dann zieh die Brust hoch. Diese Übung ist auch für den unteren Rücken. Falls du tiefer gehen möchtest, kannst deine Daumen nach vorne drehen. Ist besser für die Handgelenke. Und dann streckst du die Arme durch. Dann bist du etwas tiefer in dieser Rückbeuge. Versuch weiterhin tief zu atmen. Dich nur auf dich zu konzentrieren. Auf den Moment. Auf die tiefen Atemzüge. Dann noch dreimal tief bis in den Bauch atmen. Letztes Mal tief ein. Beim Ausatmen langsam wieder auf den Bauch legen. Platziere die Hände seitlich neben der Brust. Drück dich nach hinten in die Child's Pose. Das heißt, die Hände bleiben vorne. Drück sie da mal fest in die Matte. Das ist ganz angenehm für den Rücken. Und von da stell die Zehen auf und finde deinen herabschauenden Hund. Arme wieder schulterbreit. Beine hüftbreit. Der Rücken wird schön lang. Noch zwei tiefe Atemzüge. Und dann mach viele kleine Schritte nach vorne zum Anfang deiner Matte. Die Füße hüftbreit. Die Knie gebeugt. Und dann kommt dann eine Vorbeuge. Lass alles locker hängen. Wenn du willst, kannst du auch deine Ellbogen greifen und alles auslockern. Nach links und rechts. Die Knie bleiben da gebeugt, damit du keinen Druck hast am Kniegelenk. Den Kopf einfach hängen lassen. Dann mal ganz tief ein. Beim Ausatmen lass die ganze Anspannung los. Lass die Arme seitlich hängen. Knie gebeugt. Kinn zur Brust. Und dann roll ganz langsam hoch. Wirbel für Wirbel. Sehr gut. Jetzt machen wir noch eine Rückbeuge im Stehen. Und eine Übung für die Schultern gleichzeitig. Wichtig ist bei Rückbeugen, dass du nicht die Hüfte so nach vorne schiebst und deswegen nach hinten kommst. Sondern die Hüfte bleibt neutral. Du ziehst die Brust hoch und dann nach hinten. Für eine gesunde Rückbeuge. Okay? Wir bleiben in diesem hüftbreiten Stand. Verschränk die Finger wieder hinter dem Rücken. Roll die Schultern hoch. Und dann öffnet er schön die Brust. Du kannst die Oberschenkel anspannen für mehr Stabilität. Und dann beginn langsam dich etwas nach hinten zu lehnen. Der Blick geht Richtung Decke. Und die Brust zieht nach oben. Wir bleiben da für drei. Zwei. Eins. Einatmen. Mit der Ausatmung komm in eine Vorbeuge. Lass gern die Beine durchgestreckt. Und versuch die Arme über den Kopf zu bringen. Um da die Schultern zu öffnen. Ganz wichtig hier nicht reißen. Nicht so wippen. Sondern wirklich mit der Ausatmung sanft den Druck erhöhen. Versuch die Beine durchzustrecken für eine gleichmäßige Dehnung in den Oberschenkelrückseiten. Vielleicht bringst du die Arme noch ein Stückchen weiter über den Kopf. Für drei. Zwei. Und eins. Langsam wieder hochrollen. Dafür kannst du gern die Knie beugen. Und alles nochmal ausschütteln. Und oft sind die Arme so richtig schwer, wenn sie von oben kommen und wir uns so nach hinten lehnen. Deswegen versuchen wir uns da jetzt nochmal in eine Rückbeuge. Und die Arme kommen aber von unten über die Seite. Und jetzt lehnen wir uns fest nach hinten. Einatmen hier. Ausatmen. Ganze Vorbeuge. Die Beine durchgestreckt. Einatmen. Gerade Rücken. Ausatmen. Hände auf die Matte. Steigen nach hinten in den Stütz. Mit der nächsten Einatmung schiebt das Gewicht vor. Mit der Ausatmung langsam nach unten. Chaturanga. Zehen auf die Matte. Einatmen. Kleine Cobra. Cobra. Da ist die Hüfte noch auf der Matte. Die Ellbogen leicht nach hinten gebeugt. Oder in den aufschauenden Hund. Da sind nur noch Hände und Zehen auf der Matte. Oberschenkel anspannen. Und auch hier die Schultern fest nach hinten ziehen. Tief einatmen. Ausatmen. Finde den herabschauenden Hund. Hier nochmal fünf Atemzüge. Eins. Die Finger spreizen. Die Hände fest in die Matte drücken. Zwei. Der Blick nach hinten für einen langen Nacken. Drei. Versuch die Fersen gleichmäßig Richtung Matte zu drücken. Vier. Zwischendurch auch mal lächeln. Und fünf. Sehr gut. Leg die Knie wieder auf der Matte ab. Setz dir auf die Zehen drauf. Platziere deine Hände auf den Oberschenkeln. Nimm drei tiefe Atemzüge. Spür, wie sich dein Körper anfühlt. Gerade im Bereich der Schultern. Und im Rücken. Dann nochmal ganz tief ein. Gerne durch den Mund aus. Öffne die Augen. Platziere die rechte Hand auf dem linken Oberschenkel auf der Außenseite. Dann den linken Hand nach hinten. Einatmen. Richte dich auf. Ausatmen. Drehung Bauch, Brust, Schultern und der Blick über die Schulter. Mit der Einatmung mehr aufrichten. Mit der Ausatmung weiter drehen. Und noch ein Atemzug. Langsam wieder vor. Dasselbe auf die andere Seite. Linke Hand, Außenseite. Rechte Oberschenkel. Rechte Hand nach hinten. Einatmen. Aufrichten. Und die richtige Drehung beginnt unten am Bauch. Dann drehen wir die Brust, die Schultern und dann der Blick über die Schulter. Einatmen. Länge. Ausatmen. Drehen. Und nochmal einatmen. Länge. Ausatmen. Drehen. Und langsam wieder vor. Das hat jetzt noch einmal die Wirbelsäule ausgelockert. Diese Drehbewegung zum Schluss. Und das war es für heute. Ich sage vielen, vielen Dank. Bitte, bitte unbedingt diesen Kanal abonnieren, um mich zu unterstützen und für weitere kostenlose Videos. Falls du Lust hast, mich persönlich kennenzulernen und du mir gerne Fragen stellen würdest zu deiner Yoga-Praxis. Und gleichzeitig machen wir Live-Yoga. Dann werdet Teil meiner Patreon-Community. Da gibt es monatliche Live-Yoga-Events, wo wir uns kennenlernen und ich teile alle meine Tipps zum Thema Gesundheit und Mindset. Alle meine Angebote ansonsten findest du auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com. Ich verlinke dir das in der Videobeschreibung. Da findest du meine Events Yoga auf den Bergen, Sunrise Yoga, Yoga Retreats mit Spa, Eisbaden, Wanderungen und wenn wirklich Zeit in das Yoga tiefer einzutauchen, gemeinsame Ausflüge zu machen und uns kennen zu lernen. Teacher Trainings, Weiterbildungen und vieles, vieles mehr. Alles auf meiner Webseite. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder auf der Yogamatte. Schreib mir gerne doch einen Kommentar, mich als voll interessieren, warum du mit dem Yoga gestartet hast und auch woher du kommst. Das ist immer sehr, sehr spannend für mich und eine Bitte zum Abschluss habe ich noch. Empfiehl mich deinen Freunden weiter. Das wäre richtig cool. Vielleicht kannst du dieses Video weiterschicken an zwei, drei deiner Freunde. Und dann war es das für heute. Ich wünsche dir noch ganz ein feines Tagele. Pass auf die auf. Alles Liebe und Namaste. Ich wünsche dir noch ein paar Minuten.